Heute geht es um die Erteilungsvoraussetzungen eines Patentes und zunächst einmal, wann werden diese Voraussetzungen überhaupt relevant in der Klausur oder in der Praxis. Einmal natürlich beim Erteilungsverfahren, wenn die Frage lautet, wird das DPMA das Patent erteilen, dann müsst ihr natürlich die Erteilungsvoraussetzungen prüfen. So, daneben sind die Erteilungsvoraussetzungen auch im Nichtigkeitsverfahren zu prüfen und zusätzlich auch noch im Einspruchsverfahren. Hier möchte ich darauf hinweisen, dass sowohl das Nichtigkeitsverfahren, was im 81-Patentgesetz geregelt ist, das verweist auf den 22 und der verweist dann auf den 21 und das gleiche bei dem Einspruchsverfahren. Da gibt es den 59-Patentgesetz, der auch auf den 21-Patentgesetz verweist und hier bei dem 21-Patentgesetz, da gibt es die Nummer 1, die dann sagt, wenn der Gegenstand des Patentes nach dem 1-5-Patentgesetz nicht patentfähig ist und da muss man dann also auch die Erteilungsvoraussetzungen prüfen. Perfekt, also das sind die drei Verfahren. Hier solltet ihr euch Kommentierungen machen, also neben dem 81, den 22 und neben dem 22, den 21 und neben dem 59, den 21-Patentgesetz. Gut, hier sehen wir dann das Schema für die Erteilungsvoraussetzungen Und es gibt zwei große Prüfpunkte. Einmal die formellen Voraussetzungen und einmal die materiellen Voraussetzungen. So, die formellen Voraussetzungen werden in der Klausur nicht relevant werden. Da geht es dann um das Formblatt, um die Gebühren, um vielleicht auch Dateien und Zeichnungen, ob die alle den formellen Anforderungen entsprechen. So, das ist aber nicht relevant, weil, ja, wir sind nicht im Verwaltungsrecht und da hat der Professor auch nie Lust drauf, auf solche langweiligen Verwaltungsfragen. Dementsprechend, das, was wir uns anschauen werden, das sind die materiellen Erteilungsvoraussetzungen und hier gibt es wiederum fünf Prüfpunkte. Wir brauchen eine Erfindung, dann darf keine Ausnahme vorliegen, dann muss die Erfindung neu sein und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und schließlich auch gewerblich anwendbar sein, wobei dieser letzte Prüfungspunkt ist, ja, ja, ziemlich egal. Ja, wir schauen uns das gleich an. Zunächst einmal der erste Prüfungspunkt. Wir fangen an mit der Erfindung. Und eine Erfindung ist jede Lehre zum praktischen Handeln, die realisierbar und wiederholbar ist und die Lösung einer technischen Aufgabe mit technischen Mitteln darstellt. Diese Definition solltet ihr auswendig können, weil dann habt ihr diese vier Prüfungspunkte, die ihr prüfen müsst. Okay, zunächst einmal fangen wir an mit der Lehre zum praktischen Handeln. Was ist das? Eine Lehre zum praktischen Handeln ist definiert als jede Anweisung zur Erzielung eines konkreten Erfolges unter Einsatz von Naturkräften, bestehend aus einer Aufgabe und einer Lösung. Ihr müsst also schauen, was ist immer hier die Aufgabe gewesen und, ja, wie möchte die mögliche Erfindung hier diese Aufgabe lösen. Das ist bei dem ersten Prüfungspunkt zu thematisieren. Meistens ist das nur ein, zwei Sätze. Also das ist immer eigentlich unproblematisch. Was hier wichtig ist oder der Sinn und Zweck hinter diesem Prüfungspunkt, das ist die Unterscheidung von Theorien zu einer Lehre zum praktischen Handeln. Also man muss irgendwie etwas machen können mit der Erfindung, sage ich jetzt mal plastisch. Das klassische Beispiel hier ist immer die Entdeckung des Magnetpols. Das ist noch keine Lehre zum praktischen Handeln. Das ist einfach nur eine Entdeckung, eine wissenschaftliche Theorie. Ja, oder, ja, wurde halt schon belegt, dass es einen Magnetpol gibt, aber das ist was Wissenschaftliches. Aufgrund dieser Entdeckung der Magnetpole kann ich noch nichts machen. Wenn jetzt aber jemand kommt und einen Kompass entwickelt, das ist dann eine Lehre zum praktischen Handeln. Die Aufgabe ist es, mich zu orientieren und die Lösung ist es, dass die Nadel sich an dem Magnetpol der Erde orientiert und dann immer, ja, in Richtung des Magnetpols zeigt. Und das ist dann eine Lösung, eine Aufgabe und eine Lösung. Also ein Kompass, das ist eine Lehre zum praktischen Handeln. Das gleiche bei, von Benjamin Franklin, ja, Benjamin Franklin hat doch, ja, ich meine, der war es, der hat doch entdeckt, dass ein Blitz, also wenn es donnert und gewittert, dann ist dieser Blitz, der besteht aus Elektrizität. So, alleine das ist aber nur eine Entdeckung. Das ist noch keine Lehre zum praktischen Handeln. Das ist einfach nur eine Theorie. So, jetzt aber ein Blitzableiter. Ein Blitzableiter, die Aufgabe ist es, ja, Blitze von Infrastruktureinrichtungen oder sonstigen, ja, wichtigen Orten irgendwie abzuleiten und vor Blitzen zu schützen. Und die Lösung davon ist dieser Blitzableiter und der macht das so, dass der Blitz dort einschlägt und dann wird diese Energie des Blitzes abgeleitet. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Physiker. Auf jeden Fall ein Blitzableiter, das ist eine Lehre zum praktischen Handeln. Ein wichtiger Punkt noch sind die Naturstoffe. Es gibt ja Pilze und keine Ahnung, ja, es gibt Stoffe in der Natur, auch so Chemikalien und die sind in der Natur vorhanden. Wenn man jetzt diesen Naturstoff findet, also diesen Mushroom-Drogen-Wirkstoff, dann ist das nur eine Entdeckung. Das ist nicht patentierbar. So, wenn man aber, und das wäre wieder patentierbar, wenn man aber ein bestimmtes Verfahren zur Isolierung dieses Naturstoffes aus dem Pilz, ja, ja, nicht entdeckt, sondern man findet ein bestimmtes Verfahren zur Isolierung oder zur Herstellung, zur synthetischen Herstellung dieses Naturstoffes, dann ist das natürlich wieder eine Lehre zum praktischen Handeln. Also die Isolierung und die synthetische Herstellung, das sind Lehren zum praktischen Handeln, das ist dann wiederum patentierbar. Gut, zweite Voraussetzung und wahrscheinlich wichtigste Voraussetzung, das ist der technische Charakter. Und bei dem technischen Charakter müsst ihr auch die Definition können, jede Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz von Naturkräften zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolgs. Das ist die ständige Rechtsprechung des BGH und das hat angefangen bei der Entscheidung Rote Taube. Das dürft ihr wissen, weil das ist so eine Kernentscheidung. Okay, hier müsst ihr technischer Charakter jetzt nicht als technisch verstehen, im Sinne von, das muss irgendwie was Elektronisches sein. Das ist nicht der Fall, sondern technisch kann auch, äh, beispielsweise Hitze sein oder sowas. Genau, Beispiel hier, das BGH-Suppenrezept, das ist ein tolles Beispiel. Die Anmelder haben ein Patent für eine Suppe mit folgendem einzigen Schutzanspruch angemeldet und dort hat er dann die, ja, die Verfahrensschritte, ähm, detailliert, wie er eine, wie er diese Suppe herstellt. Also Herstellung einer Suppe aus, in Öl, im Ganzen gebackener, unzerkleinerter Zwiebel und so weiter und so weiter und so weiter und dann kocht das noch am Ende in Gemüsebrühe auf. So, auch hier dieses Aufkochen und so, da wird Hitze verwendet, das ist eine Naturkraft zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolgs, nämlich, ja, Maillard-Effekt oder wie das heißt. Und dementsprechend ist das dann auch ein technischer Charakter bei diesem Suppenrezept. Genau, der technische Charakter dient zur Abgrenzung von anderen Rechten des geistigen Eigentums, Werke der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst, also diese theoretischen Sachen, sage ich mal, also da, wo es schon häufig an der Lehre zum praktischen Handeln fehlt, das soll durch das Urheberrecht geschützt werden, besonders ästhetische Gestaltungen sollen durch das Designrecht geschützt werden und Kennzeichen sollen durch das Markenrecht geschützt werden, Sachen mit technischem Charakter sollen durch das Patentrecht geschützt werden. Wichtig ist mir hier zu betonen, dass im § 1 Absatz 3 Patentgesetz, dort werden Erfindungen genannt, die keinen technischen Charakter haben. Also Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden, das haben wir uns schon vorhin angesehen, die haben keinen technischen Charakter. Ästhetische Formschöpfungen haben auch keinen technischen Charakter. Nummer 3, dazu kommen wir gleich, und Nummer 4, die bloße Wiedergabe von Informationen ist auch kein technischer Charakter. Genau, und die Nummer 3, die schauen wir uns im nächsten Video an, weil hier gibt es bei der Nummer 3 das große, das sehr große und sehr klausurrelevante und auch sehr praxisrelevante Problem der computerimplementierten Erfindung, weil hier am Ende steht, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, die sollen auch nicht als Erfindung angesehen werden. Ja, also das ist ein großes Problem, das schauen wir uns im nächsten Video ganz ausführlich an, anhand auch von Beispielen. Ja, dritter Punkt ist Wiederholbarkeit. Es muss replizierbar sein, diese Lehre zum praktischen Handeln. Das darf jetzt nicht einfach nur einmal passiert sein, okay. Viertens, realisierbar muss das auch sein. Okay, ist klar. Und dann kommen wir zu der zweiten Voraussetzung. Es darf keine Ausnahme gegeben sein. Hier möchte ich mich gar nicht so lange aufhalten, weil ihr könnt das eigentlich alles aus dem Gesetz ablesen. § 1a Entdeckung von Genen oder Gensequenzen ist nicht patentierbar, aber wenn es irgendwie ein technisches Verfahren, also die Isolierung oder die synthetische Herstellung ist, dann ist das sehr wohl patentierbar. Ja, § 2 Patentgesetz, ja den, okay, da könnte ich nochmal zwei, drei Sätze zu verlieren. Hier geht es um den Ordre Publik, also um die öffentliche Ordnung und die guten Sitten. Also, hier könnt ihr auch häufig immer diese Definition aus dem BGB heranziehen, wenn das gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt. Und hier müsst ihr im Patentrecht wirklich super, super restriktiv sein, weil wenn eine Waffe angemeldet wird, irgendeine neue Waffe, dann ist das kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten, weil Waffen und Gifte und was auch immer, die können legal eingesetzt werden. Und hier ist es eher Sache des Gesetzgebers und nicht Sache des Patentprüfers, ja solche ethischen, ja ethischen Abwägungen zu machen. Also, dieser § 2 Patentgesetz, der ist in der Praxis eigentlich wahrscheinlich noch nie angewandt worden. Ein Gegenbeispiel, wo dieser § 2 Patentgesetz angewandt werden würde, das wäre die Briefbombe, weil eine Briefbombe kann nicht legal eingesetzt werden oder auch Folterwerkzeuge, die können nicht in Deutschland nicht legal eingesetzt werden, Artikel 1.1 Grundgesetz, das Verstöß gegen die Menschenwürde. Dementsprechend, wenn ihr ein innovatives Folterwerkzeug habt oder eine Foltermethode, dann ist das nicht patentierbar, § 2 Patentgesetz. Gut, § 2a, ja, am wichtigsten ist hier der § 2a Absatz 1 Nummer 2. Und den schauen wir uns jetzt ausführlich an, weil da geht es um die medizinische Indikation. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, hier müsst ihr jetzt aufpassen, das ist nicht so ganz einfach. Also, § 2a Absatz 1 Nummer 2 sagt, Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers, ja, da wird kein Patent für erteilt. Dies gilt nicht für Erzeugnisse zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren. Das ist der Satz 2. Okay, also Patente werden nicht erteilt für Verfahren am Körper. Das heißt, das Verfahren als solches ist nicht schutzfähig. Hier wollte der deutsche Gesetzgeber die Therapiefreiheit der Ärzte gewährleisten. Also ein Arzt soll entscheiden, hey, erst musst du dieses Medikament nehmen, dann musst du dieses Medikament nehmen, dann musst du 10 Liegeschütze machen und keine Ahnung. Also, jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, das soll ein Arzt entscheiden können und da soll der Arzt sich auch nicht über Patente Gedanken machen müssen und genau. Das ist so der Sinn und Zweck hier hinter. Wichtig ist jetzt hier der Satz 2. Dies gilt nicht für Erzeugnisse zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren. Das heißt, das Verfahren Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, das ist nicht patentierbar. Okay, aber ein Erzeugnis ist sehr wohl patentierbar. Also, und das ist jetzt hier dieser wichtige Punkt, den ihr verstehen müsst. Es ist ein zweckgebundener Stoffschutz oder Patentschutz möglich. Man kann patentieren lassen, dieses Medikament möchte ich für diesen bestimmten Zweck patentieren. Das ist ein zweckgebundener Stoffschutz und dort beschränkt sich dann der Schutz des Patentes auf diesen Zweck. Der Zweck beschränkt also den Schutzbereich des Patentes. Das heißt, und wir machen jetzt mal ein Beispiel, wir haben eine Lederpflegecreme aus den Bestandteilen Honig, Bienenwachs, Olivenöl und Rinderknochenmark. Okay, und diese Creme oder dieses Erzeugnis, das kann man auf Schuhe packen und dann glänzen die ganz schön und die Schuhe leben länger oder halten sich länger. Okay, so, das ist erstmal der Ausgangspunkt. So, jetzt kommt unser Erfinder E und entdeckt, dass diese Creme, also aus diesen Bestandteilen Honig, Bienenwachs, Olivenöl und Rinderknochenmark, das kann man nicht nur als Lederpflegecreme für Schuhe verwenden, sondern diese Creme mit diesen Bestandteilen kann auch zur Behandlung von Eczemen auf der Haut eingesetzt werden. Also das hat irgendwie eine antibakterielle Wirkung, das ist irgendwie, ja, förderlich für die Haut. So, jetzt ist das patentierbar, weil das ist die erste medizinische Indikation. § 3 Absatz 3 sagt, gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der § 2a Absatz 1 Nummer 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört. Das hier ist der wichtige Teil, dieser zweite Teil. Dieser Stoff mit Honig, Bienenwachs, Olivenöl und Rinderknochenmark, der war schon bekannt. Also eigentlich müssten wir bei der Neuheit sagen, nee, das ist nichts Neues, das gehörte schon zum Stand der Technik, dementsprechend ist das nicht patentierbar. So, aber jetzt kommt dieser 3 Absatz 3 und sagt, diese Creme wird jetzt in einem Verfahren für den Körper, ja, das ist dafür bestimmt und vorher wusste noch niemand oder kannte auch noch niemand, dass diese Creme aus Honig, Bienenwachs, Olivenöl und Rinderknochenmark auch zur Behandlung von Eczemen auf der Haut eingesetzt werden kann. Diese Anwendung in diesem Verfahren war noch nicht Stand der Technik und deswegen ist das hier die erste medizinische Indikation und das ist patentierbar. Okay, also, und das ergibt ja auch Sinn, das möchten wir ja auch fördern. Okay, kommen wir dann zu dem Fall 2. Jetzt wurde diese Salbe von E patentiert, also die Lederpflegecreme wird jetzt einmal für Schuhe verwendet und jetzt wird die auch für zur Behandlung von Eczemen auf der Haut eingesetzt. Okay, und jetzt kommt unser B und der B findet heraus, dass die Salbe sich auch zur Behandlung von Diabetesgarn-Grähnwunden eignet. Keine Ahnung, was das ist. Das ist einfach nur aus dem Urteil vom Bundespatentgericht genommen. Ähm, ja, also diese Salbe ist jetzt auch nützlich für die Behandlung von Diabetesgarn-Grähnwunden. Und das soll ja jetzt auch wiederum geschützt werden können. Das ist doch toll für die Gesellschaft. Wenn wir einen Stoff haben, das war ja auch bei Corona so der Fall. Oder auch bei Viagra ist das der Fall gewesen. Also Viagra wurde irgendwie für was entwickelt. Keine Ahnung, wofür das ursprünglich gedacht war. Und dann hat man gemerkt, dass dieser Wirkstoff von Viagra, da wurde weiter geforscht und weiter geforscht. Und irgendjemand hat dann entdeckt, boah, das ist auch gut für die Durchblutung in das männliche Glied. Und dementsprechend wurde dann auch, soll auch diese weitere Forschung belohnt werden können. Und das soll dann doch auch zweckgebunden patentiert werden können. Und das ist dann die zweite medizinische Indikation. § 3 Absatz 4 Patentgesetz sagt, ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der 2a Absatz 1 Nummer 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört. Und das ist diese zweite und die dritte und die vierte und die fünfte medizinische Indikation. Also wir wollen als Gesellschaft und auch als Gesetzgeber, dass an einem Stoff weiter geforscht wird. Bei Corona war das doch dieses Chlorochlorin oder irgendwie so, keine Ahnung wie das hieß. Also das wurde irgendwie zu was verwendet. Und möglicherweise hilft das auch gegen Corona. Und das soll ja weiter erforscht werden. Und nehmen wir mal an, das hilft gegen Corona. Keine Ahnung, ob es das tut. Genau, nehmen wir einfach mal an, das hilft. Dann wäre das eine weitere medizinische Indikation. Das wäre dann, ja ich weiß nicht wofür der Stoff ursprünglich verwendet wird. Also das wäre dann entweder die erste oder zweite medizinische Indikation. Und das ist dann patentierbar. Dann ist dieser, und das ist nochmal ganz wichtig, der Schutz dieses Patentes ist dann Chlorocly, wie auch immer dieser Stoff hieß, zur Behandlung von der Corona-Erkrankung. Und das ist dann der Schutzbereich von dem Patent. Und das ist nochmal dann ganz wichtig für die Patentverletzung. Dazu komme ich jetzt. Die Patentverletzung bei der medizinischen Indikation. Okay, wir hatten den Fall, dass unser Olivenöl, Bienenwachs, was auch immer, das wird für die Lederschuhpflege verwendet. Und jetzt hat unser E entdeckt, dass diese Creme sich auch zur Behandlung von Eczemen auf der Haut eignet. Okay, und das ist die sogenannte erste medizinische Indikation. Das könnte auch die zweite oder dritte sein, das ist egal. So, jetzt ist es wichtig, dass das Patent, das der E hat, das beschränkt sich jetzt auf diesen einen Zweck, auf die Behandlung von Eczemen auf der Haut. Das heißt, die Creme kann immer noch verkauft werden und auch genutzt werden für die Schuhpflege. Da kann der E nichts gegen sagen. Der E kann jetzt nicht sagen, hey, du hast meinen Stoff gekauft und benutzt den für die Schuhpflege. Das kann der E nicht verbieten, weil sein Patent beschränkt sich nur auf diese Behandlung von Eczemen. Okay, das Patent von E ist ein zweckgebundenes Stoffpatent, auch Verwendungspatent genannt. Das Patent schützt nur die Verwendung der Creme für die Behandlung von Eczemen auf der Haut. Okay, wenn jetzt die Creme im Schuhladen verkauft wird, ist das also grundsätzlich keine Patentverletzung. Okay, wenn aber die Creme im Schuhladen verkauft wird und in dieser Verpackung der Creme befindet sich ein Beipackzettel und auf diesem Beipackzettel steht drauf, hey, diese Creme kann man auch für die Behandlung von Eczemen auf der Haut einsetzen. In diesem Fall liegt ein sogenanntes sinnfälliges Herrichten vor. Die Creme wird so aufbereitet, dass es absehbar ist, dass sie zu dem geschützten therapeutischen Zweck, also hier zu dieser erstmedizinischen Indikation, genutzt werden wird. Und das ist das klassische Beispiel, ist hier der Beipackzettel mit der Verwendung. Also das ist ein sinnfälliges Herrichten, dann ist es absehbar, dass die Creme auch auf der Haut eingesetzt wird und das kann der E dann unterlassen. Also wenn der Schuhverkäufer da so einen Beipackzettel reinpackt, hey, das könnt ihr euch auch auf die Haut schmieren, dann hat der E gegen den Schuhverkäufer einen Anspruch auf Unterlassung, jedenfalls, und auch auf Schadensersatz. Okay, das heißt, wenn ihr bei der Apotheke seid und, ja, das Medikament, das kann man für X einsetzen und für Y einsetzen. So, und der E hat das für das Y geschützt. Wenn jetzt dieses Medikament verkauft wird und auf dem Beipackzettel steht nur X drauf, dann kann der X nichts machen, weil der E, der hat eben nur dieses zweckgebundene Stoffpatent, so heißt es. So, wenn aber auf dem Beipackzettel in der Apotheke steht, hey, man kann das für X und Y verwenden, ja, dann hat der E dieses Y geschützt und dann ist es absehbar, dass seine Creme auch, oder jetzt in diesem Fall, dass die Creme auch für die Haut verwendet wird und dann, ja, ist das ein wortsinngemäßer Eingriff in den Schutzbereich des Patentes und dann liegt ein sinnvolliges Herrichten vor und der E hat einen Anspruch gegen die Apotheke. Genau, die Rechtsprechung ist in Entwicklung, könnt ihr euch hier nochmal anschauen, das ist jetzt wirklich kompliziert. Das war es jetzt dazu mit der medizinischen Indikation. Ich möchte zu der Neuheit kommen. Die Neuheit, da muss man prüfen, also eine Erfindung soll nur dann geschützt werden, wenn sie neu ist und das ist dann der Fall, wenn die Erfindung nicht zum Stand der Technik gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist denn der Stand der Technik? Und der Stand der Technik, und diese Definition müsst ihr unbedingt kennen, Stand der Technik sind alle Erkenntnisse, die irgendwo, irgendwie, irgendwann, vor dem relevanten Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Ich finde die Definition ist ziemlich einprägsam. Das ist übrigens der sogenannte absolut formelle Neuheitsbegriff. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Okay, also das macht keinen Unterschied, ob diese Erkenntnis schon in Griechenland oder in Alaska gemacht wurde und irgendwie ist egal, ob das, ja, elektronisch oder schriftlich oder wie auch immer und irgendwann, das ist egal, ob das vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 80 Jahren, vor 2000 Jahren gemacht wurde. Das ist vor dem relevanten Zeitpunkt, dieses relevanter Zeitpunkt, das ist grundsätzlich der Anmeldetag. Es kann aber auch sein, dass man eine Priorität in Anspruch nimmt und dann verschiebt sich dieser relevante Zeitpunkt nach vorne. Okay, also das ist die Neuheit und ganz wichtig, also das ist wirklich mir ganz wichtig, bei der Neuheit müsst ihr einen Einzelvergleich machen. Einen Einzelvergleich. Gibt es genau diese, gibt es genau diese Erfindung schon mal. Also, sämtliche Merkmale einer Erfindung müssen schon so bekannt gewesen sein. Keine Mosaikbetrachtung. Schauen wir uns ein Beispiel an, das finde ich super. Hier, das ist die Vorveröffentlichung. Also, das wurde in irgendeiner Fachzeitschrift, sagen wir mal, veröffentlicht und selbst ich mit meinen schlechten Chemiekenntnissen sehe hier, ah ja, hier ist noch ein Rest und hier ist noch ein Rest und genau. Also, das ist die Vorveröffentlichung. Und jetzt kommt irgendein Anmelder und der meldet das hier an. Und ihr seht, der Rest hier ist zu einer CH3-Gruppe geworden und hier der Rest ist weggefallen und das C hier ist auch weg. Ja, und keine Ahnung. Genau, aber ihr seht, das hat sich hier konkretisiert. Und jetzt ist die Frage, ist das hier neu? Und die Antwort ist, natürlich. Natürlich ist das hier eine neue Erfindung. Weil hier steht noch Rest und hier steht Rest und hier steht CH3 und hier steht kein C mehr. Also, diese Sache gab es noch nicht genau so. Sondern es gab hier Reste und sowas. Also, das hier ist nicht 1 zu 1, das hier ist nicht 1 zu 1, das hier. Und deswegen ist die Neuheit in diesem Fall ganz klar zu bejahen. Ja, die große Frage, die sich dann stellt, ist natürlich dann auf der nächsten Ebene, ist das eine erfinderische Tätigkeit? Aber das ist eben auf einer späteren Ebene. Bei der Neuheit ist hier erstmal zu sagen, das hier ist nicht genau das hier. Und dementsprechend ist das neu. Ja, Priorität erklären. Okay, sagen wir, ihr meldet jetzt das Patent X in den USA an. Jetzt vergehen 9 Monate und ihr meldet jetzt auch das Patent in Deutschland an. So, in diesem Fall könnt ihr dann für diese deutsche Patentanmeldung die Priorität in Anspruch nehmen. Das bedeutet dann, hey, meine Anmeldung in den USA ist weniger als 12 Monate vor dem Anmeldetag vor dem deutschen Patent- und Markenamt passiert. Das heißt, der Zeitrang, wo sich die Neuheit beurteilen soll, da müsst ihr 9 Monate in die Vergangenheit gehen. Also, der Zeitpunkt der Neuheit beurteilt sich dann nicht mit dem Datum des 1.12., sondern mit dem Datum des 1.3. War das am 1.3., war das zu dem Zeitpunkt eine neue Erfindung? Und nicht, wenn ihr das am 1.12. dann anmeldet beim deutschen Patent- und Markenamt. Normalerweise wäre es ja so, dass das deutsche Patent- und Markenamt dann prüfen würde, war das am 1.12. eine neue Erfindung? Und da würde es ja normalerweise sagen, nö, schaut mal, in den USA gab es diese Patentanmeldung, da war das schon offenbart worden. Das heißt, das ist nichts Neues und deswegen ist das nicht neu, deswegen erteilen wir nicht das Patent. So, aber mit dieser Priorität verschiebt sich der Zeitpunkt der Beurteilung der Neuheit und dementsprechend guckt dann das Patentamt, war das mit dem Zeitpunkt des 1.3. eine neue Anmeldung? Anmeldung. Und das gleiche natürlich auch, wenn man das in Deutschland macht, also ihr meldet das Patent X, meldet ihr in Deutschland am 1.3. an, so, jetzt vergehen 6 Monate oder 8 Monate, mir egal, und ihr habt eure Erfindung ein bisschen verfeinert, dann könnt ihr auch die Priorität in Anspruch nehmen und wenn ihr dann eine neue Patentanmeldung macht, Patent Y und sagen, hey, ich möchte den Zeitrang hier von dem Patent X, was ich vorher vor 8 Monaten angemeldet habe, das möchte ich dann in Anspruch nehmen, zu dem Zeitpunkt soll sich die Neuheit beurteilen. Die Priorität ist übrigens im Artikel 4 PVÜ geregelt und genau, interessant ist es vielleicht auch nochmal sich zu vergegenwärtigen, was die Priorität im Patentrecht macht versus was die Priorität im Markenrecht macht. Im Markenrecht ist es so, eine ältere Marke ist stärker. Das heißt, die Priorität im Markenrecht, die nur 6 Monate ist, also im Markenrecht ist die Frist 6 Monate, diese 6 Monate ist meine Marke älter und eine ältere Marke ist eine stärkere Marke. So, im Fall einer Kollusion. Bei den Patenten, da ist die Prioritätsfrist 12 Monate und dort bewirkt die Priorität, dass sich der Zeitpunkt der Neuheitsbeurteilung ändert. Okay. Gut, und dann kommen wir zu dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt, der erfinderischen Tätigkeit. Und bei der erfinderischen Tätigkeit, da gibt es den § 4 Patentgesetz, der sagt, eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Okay. Hier, und das ist jetzt der wichtige Unterschied, deswegen habe ich das so betont, bei der erfinderischen Tätigkeit, da dürft ihr jetzt eine Mosaikbetrachtung machen. Das bedeutet, nochmal, bei der Neuheit gibt es genau diese Erfindung, gibt es diese schon. Und wenn es da genau das schon mal gab, dann ist die Neuheit zu verneinen. Wenn es das aber noch nicht genau gab, dann ist alles in Ordnung, dann ist die Neuheit zu bejahen. So hatten wir es ja auch gesehen bei diesem Olanzapin mit diesem chemischen Stoff, mit dem Rest und so, haben wir ja gerade gesehen. Bei der erfinderischen Tätigkeit müssen wir jetzt eine Mosaikbetrachtung machen. Das bedeutet, wir schauen, ah ja, wie war es dort in der Chemie, wie war es dort in der Chemie, und dort dürfen wir wirklich alle Erkenntnisse, die es gibt, dürfen wir heranziehen und müssen uns dann fragen, war das für den Fachmann eine besondere Leistung, eine besondere erfinderische Leistung. Zweck dieser Voraussetzung ist es, das Ausschließlichkeitsrecht, solchen Erfindungen vorzubehalten, die Gegenstand einer besonders anerkennenswerten und kreativen, nicht rein routinemäßigen Leistung sind. Nach dem BGH müssen wir das wie folgt prüfen. Wir müssen zunächst einmal den Durchschnittsfachmann bestimmen. Das ist zum Beispiel ein Hochschulabsolvent der Fachrichtung Chemie mit mehrjähriger Erfahrung im Kosmetikbereich. Dann müssen wir bestimmen, was soll diese Erfindung objektiv lösen, welches Problem. Dann müssen wir schauen, ja, was war denn der Stand der Technik. Dann müssen wir schauen, welche Schritte mussten denn hier vollzogen werden. Und dann müssen wir auch noch prüfen, gab es irgendwie Veranlassungen, Überlegungen in dieser Richtung anzustellen. Also dieser fünfte Punkt, beispielsweise wenn in einer Fachzeitschrift, das ist häufig bei naturwissenschaftlichen Sachen so, wenn da das Fazit lautet, ja, ob da, ob es bei dieser chemischen Reaktion noch mehr gibt, ja, das ist noch weiter zu prüfen oder so. Oder das ist eine spannende Frage, die noch weiterer Prüfung bedarf. Also wenn es irgendwie sowas in der Fachzeitschrift gibt, ja, dann regt ja schon dieser Beitrag dazu an, weitere Forschung in diese Richtung zu machen. Und dann spricht das eher gegen eine erfinderische Tätigkeit. Okay. Was spricht dafür oder dagegen, dass der Fachmann aufgrund solcher Überlegungen zur Lösung des Streitpatents gelangt wäre? Okay. Ja, es gibt auch noch den Kurt Wood Test. Also es kommt nicht darauf an, ob ein Fachmann gefunden haben könnte, also Kurt, sondern es kommt vielmehr darauf an, ob ein Fachmann diese Erfindung gefunden haben würde. Nicht auf das könnte kommt es an, sondern auf das würde. Weil das könnte ist möglicherweise gar nicht so schwer. Also das können kann vielleicht jeder mit einem Masterabschluss in Chemie. Aber vielmehr ist auf das würde zu schauen, nämlich diese Überlegung, da wäre vielleicht nicht jeder darauf gekommen, da weiter zu forschen. Aber wenn man sagt, ja, da musst du weiter forschen und du musst das mixen, ja, das könnte jeder machen, aber diese Überlegung in diese Richtung anzustellen, da wäre vielleicht nicht jeder drauf gekommen. Und da ist dann auf das würde abzustellen und das ist dann möglich, oder das spricht dann schon eher für eine erfinderische Tätigkeit. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Zunächst einmal dieses Suppenrezept. Herstellung einer Suppe aus in Öl, im Ganzen gebackener und zerkleinerter Zwiebel, insbesondere spanischer Zwiebel, in Öl gebackener oder gebratener Pfifferlingen oder anderen Pilzen, gekeimten bzw. längere Zeit eingeweichten und danach unter Erhaltung der Form der Körner gekochten Weizen durch Zerkleinerung in vorzugsweise vermengten Zustand und Aufkochen in Gemüsebrühe. Ist das hier, ja, wird das Patent hier erteilt werden. Es liegt eine Erfindung vor, technischer Charakter, wie gesagt, Hitze reicht aus, das ist auch ausführbar und wiederholbar. Somit ist eine Erfindung hier gegeben. Es liegt keine Ausnahme vor, Neuheit ist auch gegeben und damit kommen wir zur erfinderischen Tätigkeit. Hier hat der BGH oder das DPMA das Schulkochbuch von Dr. Oetker herangezogen und gesagt, dass sich diese Suppe nicht hinreichend vom Stand der Technik abhebt. Bloße geschmackliche Nuancierung, wie sie jeder Koch oder jede Hausfrau, sofern sie auf eine gute und individuelle Küche bedacht ist, bei der Zubereitung der Mahlzeiten zu erreichen, sich bemühen und vielfach auch zu erzielen verstehen, erfüllen jedoch quantitativ nicht die Anforderungen, die an den Fortschritt zu stellen sind, der mit jeder Erfindung verbunden sein muss. So der BGH ist auch ziemlich logisch. Wahrscheinlich gab es schon mal diese Suppe, die ist halt so eine Hühnersuppe mit Zwiebeln und Pilzen. Wahrscheinlich gab es die schon mal. Zwar nicht genau in dieser Form, aber diese geschmacklichen Nuancierungen, die sind jetzt nicht so groß, um eine erfinderische Tätigkeit zu begründen und dementsprechend ist das hier, wird die S nicht das Patent erteilt bekommen. Auch hier wieder das Beispiel, was wir gerade hatten. Die Neuheit hier bei diesem Stoff ist zu bejahen, weil hier ist der Rest und hier ist der Rest und hier wurde das spezifiziert. Das hier ist nicht 1 zu 1 das hier. So, dann aber bei der erfinderischen Tätigkeit. Wenn im Sachverhalt irgendwie steht, alle Fachzeitschriften haben es für unmöglich gehalten, diesen Stoff näher zu untersuchen, wenn irgendwie sowas im Sachverhalt steht und dann macht der E trotzdem diese Erfindung, weil er dort weiter forscht, dann wird ein Vorurteil ausgeräumt und das spricht ganz stark für die erfinderische Tätigkeit. Das war auch zum Beispiel, wir hatten im Examinatorium so einen Fall, wo dann drin steht, ja, alle haben gedacht, da gibt es keine weiteren Erfindungen mehr, wir haben alles da gefunden und dann hat der Type im Sachverhalt noch weiter geforscht und plötzlich noch irgendeine andere Verwendungsmöglichkeit gefunden. Also, wenn irgendwie solche Vorurteile ausgeräumt werden, spricht das für die erfinderische Tätigkeit. Genau, gewerbliche Anwendbarkeit nur zu verneinen, wenn jede Nützlichkeit fehlt, ist nicht relevant in der Klausur. Und auch nicht in der Praxis. Also wirklich alles kann man gewerblich verwenden, sei es ein neues Gummibärenrezept oder Gummibärenherstellungsverfahren, sei es ein, keine Ahnung, wirklich alles kann man irgendwie gewerblich verwenden. Und hier seht ihr dann die Kontrollfragen und dann könnt ihr Fragen, Kommentare unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und nächstes Video schauen wir uns dann die computerimplementierten Erfindungen an. Das wird nochmal super kompliziert, aber auch super wichtig. Und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Bis dann.